Ne, ihr wollt mich verarschen, die haben sich tatsächlich selbst umgebracht, die Typen hier. Oder was? So, ja, hier ist klar. Oh, cool, man wird nicht enttäuscht, wenigstens. Okay, so, dann geht es jetzt hier hoch. Los geht's! Na, kommt ihr? Ja. Das sieht aus, als hätte es wehgetan. Ein bisschen. Nichts, zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Okay. Hm. 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 Ein wenig. Ach, Alien Toy. So. Dankeschön. So, jetzt kommen wir zu dir hin. Nichts. Ich muss eine Weerenerschatterung haben. Ja. Das ist der komische Dings da unten herumklappert der komische Geschütztraum. Oh. 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 mein Geräusch. Ich weiß, dass du hier bist. Ja, danke. Also, das ist ja die geilste Ecke hier, die wir haben. ... Krieg mich mal wieder. Scheiße, was war das? Was ist die Scheiße? Komm raus und kämpf! Guck mal hier. So, viel übersehen. Da auch noch. Hab dich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und bist jetzt unter uns. Erstmal entriegelt. Das Jet wird dich nervös. Das bewährte Kast. Was zum Teufel war das? Dankeschön. Die ganze Aufregung wegen nichts. Ne, halt. Wir wollen doch nichts. Den geben sie. Wir wollen den was wegnehmen. Rüstung und... Ja, okay. Ey, das ist so... Nichts. Zumindest sieht es verdammt noch mal danach aus. Waffen-Ding. Okay. Okay. Äh. Dann ist erstmal alles weg. Von denen. Ja, ich auch, weil ich dich nicht finde. Ich will dich ja nicht verunsichern, aber hier war vor kurzem jemand. Oder etwas. Nein, es ist nichts. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Die Ladung und die Ladung. Okay. Krieg dich mal wieder in den Griff. Hm. Ich würde gerne schon gerne mal gucken. Ich speichere mal ab. Oh, schade. Ich kann also nur... So, Flammenwerfer. Okay, schade. Ja, macht nichts. Fünf Fusions, keine mehr. So. Wollt ihr mich verkackeiern jetzt? Du bist unter mir, ja? Wo bist du, du blöder Drecksack? Direkt unter mir. Okay, da. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Auch wieder unten. Okay. Bin ich jetzt echt blind? Was ist die Scheiße? Komm raus und kämpf! Hier soll der irgendwo sein. Komm schon her! Finde den Feind! So. Wir teilen das alles, nicht wahr? Hm? Hast endlich genug gequatscht. Ja. Guckt euch mal den Stern oben an. So, für Weihnachten, ja? Mach ich einen Scream-Shot. Ist doch ganz schick. So. Jetzt haben wir das geile Labyrinth hinter uns. Ich muss zugeben, ich fand's geil. Zack, zack, zack. Und wieder hier raus. So. Ach, da muss man rein, okay. Oh, warte mal, hätten wir da oben reingekonnt? Ne, der oben war ja zu, genau. So, ähm. Das war doch, ja. Ach komm, rein da. Mission ist Mission. Ich glaube, das ist jetzt hier ihn retten. Von Silver Shroud. Und den Ghoul, oder wie man ihn nennt, die Nicht-Klatthaube. Sieht gemütlich aus. Ich warte hier, während du das Gebäude erkundest. Oder nicht? Hä? Unten, okay. Da hinten. Dein nächster Abschuss? Ja, das ist dein nächster Abschuss. Okay. Aha. Jet auf der Frauentoilette. Ach, nee, das war diesmal die Männertoilette. Wow. Aber seht ihr, hier habe ich jetzt keine Probleme mit der Grafik wieder. Also, sehr mysteriös. Ah, ich bin manchmal zu faul dafür. Manchmal sehr faul. Ja, du hast mich gefunden. Und jetzt? Ich hatte gerade voll den Spaß. Ach, Freunde. Habt ihr euch da oben gerade selbst umgebracht, ihr Idioten? Aufzug außer Dienst. Nein. Was denn, vor dir? Vor dir habe ich keine Angst. So, sonst gibt es hier gar nichts, ne? Ja, es geht nur hier meinen Fahrstuhl hoch. Okay. Äh, runter sozusagen. Komm, weg da. So. Kommst du rein? Wartest hier oben. Warte mal, wir haben da noch ein Level. Können wir irgendwas mit den Schleichen machen, vielleicht? Äh, schleichen. War doch hier unten bestimmt irgendwo her. Schleichen. Schleichen. Nee, 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 nee. Auch nichts. Ähm. Der Fremde. Achso, ja, okay. Ähm, wie viel habe ich? Ähm. Der Fremde. Ja, der mysteriöse Fremde. Hm. Level 46. Oh. Wir können das erhöhen. Deine Automatischwaffen vor uns, und 80% mehr Schaden. Angriffe mit nicht automatischen Waffen. Nein. Wir haben jetzt eine Automatischwaffe. 80% mehr Schaden. Also 80%. Bup. Ähm. Nein. Die haben wir jetzt gerade. 93. 90%, okay. Ja, dann macht sie ihre Runde fertig. Sagt, sie hat mich gefunden und ist dann tot. Achtung. Cool. Irgendwie haben die alle Saves im so langer Raum drin. Und immer mit Munition vollgestopft. Vorkriegsgeld. Ja, finde ich immer noch am geilsten. Na los, kommt. Du bist nichts. Nichts. okay den haben sie kaputt gemacht hallo mein freund wie bescheiden ist es dir denn hier gegangen ja deine fresse hey so dann geht's weiter so telefon stange zigaretten ja den hat irgendwie erwischt keine ahnung warum aber ein weniger um den ich mich kümmern muss okay blut blut das ist schon sehr schön okay ich hätte auch so ein teil wo man halt sein blut spenden kann damit ich eben halt dinks mehr stempacks herstellen kann so aus eigener lage auch das war die leichten ecke oder was weil wer liegt ein patienten da oben hin keiner oh Oh, eine Nuka-Cola-Quantum. Okay.